So, da sind die. Ach, da sind die. Na, kommt er wieder nicht weiter. Achso, ich darf die Tür aufmachen. Alles klar. Na? Ach, hallo. So, was haben wir hier noch alles? Monetas? Ich glaube, ich sollte mal... Ey. Das ist meine Aufgabe. Ein Helm. Läuft nicht kopflos vor, wenn das mal keine Falle ist. Äh. Hihi. Ja, war eine Falle. Was war denn das jetzt für ein Helm? Äh, da. Illusionszauber kostet 15% weniger Magie. Was habe ich denn in einem aktuellen Helm? Ah, den müssten wir mal aufheben. Da müsste ich gucken. Wo ist denn der andere? Ach, da bist du. So. Das ist unsere Stunde. Gartrik erwartet uns. Was habt ihr denn? Wir holen uns nur den Schatz und gehen. Hier drüben. Na, kriegst du ja. Ach so, selber. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Schwarzer Seelenstern. Oh. Das habe ich mir sagen lassen. Äh. Oh, Leichnam wiederbeleben. Das habe ich mir sagen lassen, dass die gut sind. Ja, na, ich mache schöne Farben. So. Ah, die Stimme. Meine Stimme. Ich sollte euch für eure Dummheit danken. Ich wusste, dass das Mädchen nicht stark genug ist, um mir dabei zu helfen, Gartrik zu töten. Jetzt brauche ich nur noch eins von euch. Damit ich seine Kraft vollständig in mich aufnehmen kann, benötige ich ein Blutoppa. Euer Blut dürfte gut genug sein. Es wird leichter für uns beide, wenn ihr euch nicht die Mühe macht, euch zu wehren. Wie herkommen soll. Nein, Alter. Ach so, doch. Ich dachte, ich sterbe jetzt hier. Wo ist Selma? Oder wie hieß die? Na, mein Lieber. Das war wohl nichts. Ein Satz mit X. Aha. Brief an... Ah, wir wollen gleich mal das lesen. Ich glaube, das steht wieder so. Äh, Ring des geringen Schlossknackers. Äh, Stiefel. Diamanter Zerstörung. Fackel. Äh. Nehmen wir auch mal mit. Skelett. Na, dann gib mir her die Stimme. Wort der Macht gelernt. Geist, ätherische Gestalt. Finde den Energiequelle. Aktualisiert. Okay. Haben wir gemacht. Können wir jetzt hier mal nochmal die Trüchen. Äh, Kriegsachs. Die ist nichts Interessantes. Das hier ist alles auch schlechter. Hier hängt was Interessantes. Streitachs der Seelen. Oh, wir sind noch nicht voll. Cool. Dann können wir... Ach, gerade so. Äh, schauen wir mal. Streitachs der Seelen. Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden? Füllt es einen Seelenstein? Aha. Steckt das Ziel für 10 Sekunden? Oh. Das ist so ein Doppelteil. Na, das ist ja mal cool. Also hier können wir mit sehen. Äh, Holzfelaxt. Ähm, ja. Da können wir vielleicht mal überlegen das Ding zu behalten und zu verkaufen. Das ist mal ein ganz guter Plan. Ja, gebindertes Eisenschild. Äh. Tja, nichts weiter Interessantes hier. Ah. Sekündchen. So. Musste ganz kurz mal Nase schnauben. Entschuldigung. So, meine Liebe. Was hast du zu sagen? Vater hat Bäm nie vertraut. Ich hielt ihn immer für überfürsorglich. Äh, was werdet ihr jetzt machen? Wollt ihr euer Schatz nicht? Reichtümer und all das. Ich weiß nicht. Imjar hat sich um mich gekümmert, seit ich ihm höchstens bis zum Knie ging. Ich muss mich ausruhen und dann werde ich wohl nach Hochfels zurückkehren. Geht ohne mich weiter. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Alles klar. Tschüss. Äh, in Übriger. Achso, warte mal. Er hat ja einen Brief dabei gehabt. Äh, gucken wir gerade mal rein. Essen, Bücher. Und zwar... Notiz an Rudolf. Wie hieß denn das Ding? Notiz-Assassin? Rätselhafte Notiz. Brief an Benja. Benja! Wenn ihr meine Tochter beschützt, also die da rechts, gewähre ich euch sowohl eure Freiheit als auch das Verband der Buch, das ihr so sehr haben wollt. Aber bei den Göttern, wenn ihr etwas geschieht, werde ich dafür sorgen, dass all, mit denen ich Geschäfte mache, erfahren werden, dass ihr der Schwarze Marsch getan habt. Was ihr den Schwarzmarsch getan habt. Achso, was ihr eben in Schwarzmarsch. Oh, Jesus. Tja, Benja. Da brauchst du echt jetzt keinen Kopf mehr machen. Ne? So, hatten wir den hier geplündert? Ja, hatten wir. Und, äh, ja, hatten wir. Ah, hier ist noch ein. Hier geht's hoch. Warte mal, ich geh mal ganz nochmal hoch hier. Achso, hier geht's nirgends mal mal hin. Ach, hier können wir nochmal nach. Okay. Achso, ist derselbe Weg. Derselbe Weg ist das Ziel. Alter, Nordbo. Na gut. Dann gehen wir hier raus. Was liegt denn hier? Oh, winziger Seelenstein. Ah, verdammt. Der hat mich jetzt zu schwer gemacht. Ah, Bekleidung. Der sieht schöner aus. Ähm. Diadem der Zerstörung. Zorn. Ach ja, kein. Ja, okay, das sind so diese Zaubergedöns. Werden wir alles verkaufen. Bücher. Wir sind jetzt, äh, ja, wahrscheinlich um 0,5 höher als, äh, wir könnten. Deswegen schmeiß ich mal Eis in die Habs Band. Was ist das? Ah ja, verbessert. Äh, das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Äh, ja. Keine Ahnung. Tschüss. So, können wir wissen, wir laufen. Dann gehen wir mal hier den Weg hoch. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ups. Dieser Weg ist steil und nicht steinig. Was? So. Denn hier oben angekommen, können wir hier den Holzverschlag riegelen. Tür. Haha. Tada. Oh, hier. Truhe. Gold. Granatstein. Leichter Anhänger für Magie und Zauber. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder voll. Ich wusste es. Ach. Schock mich nicht, Alter. Ich dachte, da kommt ein Drache. So, wir werden hier, ähm, ach, wir müssen verkaufen, auf jeden Fall. Zutaten, Bücher, Schlüssel, äh, haben wir auch noch auf Tasche. Zauberbuch, da gerade rein. Rätselhafte Notiz. Äh, wir können hier den, ja, der wiegt aber nichts. Das Firmament, Nord am Himmelsrand, ganz voller Tagebuch, Rätselhafte Notiz, Zauberbuch, Funken, die sollten wir nicht wegschmeißen, würde ich mal behaupten. Hier, Firmament, Tschüss. und damit sind wir wieder leichter. Okay. Ähm, ja, jetzt stehen wir natürlich hier oben am Gipfel und gucken hier runter zum Verlorenen, abgeschlossen, abgeschlossen, zum Nacht, ach ja, das ist das. Was ist denn das da? Berg, Antor, Antor, ist hier noch was Interessant, ach, ist dieser Schatten, ey, schackschwere Not. Maybe ist hier was noch und so. Wir können ja hier mal uns umgucken, bevor wir hier wegreisen. da oben ist was. Muss sich ja auch irgendwie lohnen hier mal, ne? Was haben wir denn hier? mein Erdengeist. Wo ist er denn? Alter, da. Alter, zwei davon. Oder einer? Alter, 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 alter. Lauf, 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 lauf. Böse, böse, böse. Aua. Böse, 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 böse. Aua, aua, aua. Böse, 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 böse. Zutaten. Oh, ich höre noch was anderes. Schriftvollzaubertränke. Oh, ich muss ja mal ein paar Tränke aussortieren, ne? Volltreffer, Zauber, Schloss, Knacker. Ist ja mehr in hier drin, ey. Stacke, Ausdauer, Steht 75% Ausdauer, das interessiert jetzt nicht Regeneration, also kleine Heilung, Tau der Heilung, Ausdauer, Gewandtheit, also Ausdauer, Zündung, Gift, Gesundheit, leichte Anfälligkeit für Magie, was für Tränke es gibt, ey Zusätzlich, äh, ah, aha, okay Starke Magiker Oh, es ist 2, es ist 2, ich geh mal, ich geh mal weg Ich hab das gar nicht gesehen, erst Ich flüchte einfach mal Ein Drache Scheiße Noch, auch noch Ein Drache Ein Drache Alter, alter Ist aber noch ein Drachen hier am Start Hät Äh, Schriftzollzauber Tränke Ich brauch, man, 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 man Regeneration, Heilung, Gesandtheit Äh, geringe Magiker Gott im Himmel, Zauber Tränke Gesundheit So geht das nicht? Verdammt, falscher Trank Äh, Feuerresistenz Ausdauer, Stärken, Tans Nein Wo ist er? Da Na, das wird ja mal was Kann ich das auch eigentlich irgendwie auf, ähm Zaubertragter, Gewandtheit, äh Naja, wie ist es gar nicht, die Trägerort ist weg, noch mit blösem Gesundheit Ne, das wäre jetzt schlecht Blitzresistenz Uhhh Gertz, falscher Äh, äh Altsch, äh, Notchwert Gards, Kriegsachse So, Schriftrolle Warte, jetzt machen wir eine Rolle des Feuerballs Chaos Ich habe keine Ahnung, äh, Zaubertrick, ich brauche mal ein bisschen Magica, 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 Magica Ich brauche ich davon noch vier Stück Großer Na komm her, wir schaffen mal Ach, Schaka Jawohl Wenigstens wäre man das Gerecht, dass wir Drachen erlegen Als Drachen Töter Und wir haben uns wieder was verdient Was haben wir denn? Drachenseele aufgenommen Jawohl Tadaa So Verdammt, die sind so voll Drachenschuppe, wir nehmen es trotzdem mal mit Wir können nicht mehr rennen Das heißt, wir werden uns jetzt hier Endlich wegporten Oh Mann Das war ein cooler Fight Der hat Spaß gemacht Na gut, ich muss mal ein bisschen tüfteln Gucken, wie ich das hinkriege Also es hat eigentlich funktioniert Ich muss auch die Waffe mal aufladen Die ist leer jetzt hier Ähm Das war Waffe D, 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 D Ach so, die ist nicht ganz leer Aber wir können Ja, machen wir den ja So Ha, cool Das war mal cool So Jetzt sind wir Ach, hier oben Abgeschlossen Ach Ja, lol Na gut Haha, cool So, ähm Da ist der Punkt gesetzt Wir werden den da entfernen Und jetzt gehen wir mal nach da Drachenfels Weißlauf Ach, schnellenreisen Nicht möglich, wenn ihr überladen seid Wie viel sind wir denn überladen? Oh, mal einiges Ach, Jesus Jetzt muss ich tatsächlich Sachen entsorgen Nur weil ich überladen bin Äh Gewicht 10 Fünfwertigkeit Ähm Fallen lassen So Die, äh Ist sehr viel wert Aber ich muss was rausschmeißen Was nichts wert ist Und doch viel wiegt Was haben wir denn hier unter Sonstiges? Ähm 800 Ja, ja Dietrich Und da brauchen wir Hier wert 500 Wert Es ist aber auch recht schwer Aber vier Stück am Start Eisenbarren Wieso ist ein Eisen Naja, ich weiß ja nicht Schuppenknochen Und Drachenschuppen Und so Ähm Schuppenknochen Drachenknochen Warum sind die schwerer? Okay, ich komme natürlich auf die größere Rolle Aber als ein Eisenbarren Hallo, wir reden von Eisenbarren Auch Gold ist ziemlich schwer Äh Horn des, äh Windrufers Aha Stahlbarren Alles so leicht Aber ich muss jetzt hier ungefähr 40 Ähm Gewichtspunkte Äh Irgendwie rausholen Was haben wir denn hier noch alles Was irgendwie schwer wirkt Hier ist nix Natürlich Die Bekleidung Äh Das ist alles nicht wirklich schwer Das ist meine aktuelle Rüstung Die werde ich nicht wegschmeißen Äh Geringe armes Tiss Blablabla Ne Quatsch Geringe Schlossknacker Schriftrolle Zaubertränke Bekleidung Waffen Waffen Ähm W Die will ich nicht wegwerfen Und die auch nicht Die will ich verkaufen Äh Das ist das aktuelle Schwert Was wir hier tragen Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist Bäm Na gut Dann müssen wir wohl doch irgendwie In den In den saugen Topf Beißen Hier was schweres Rausschmeißen Horn von Jürgen Windrufer Wert Null